Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge von Shadow Warrior und schön, dass ich hier vollkommen vergessen habe, wo ich meinen Speicherstand gespeichert habe. Äh, nicht gespeichert habe, aber wo ich ihn angelegt habe. Trägt neben den beiden Dicken hier. Ja, super. Komm, stirb, stirb schneller. Ist die Shotgun überhaupt gut? Ich glaube, wenn dann... Oh, verdammt, oh, verdammt, hier fliegt gerade alles in die Luft. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ich... Nein. Äh, nein. Lass mich in Ruhe, ich will mich heilen. Nein, 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 jetzt kann ich mich nicht mehr heilen, nein. Ich brauche Heilung. Oh, guck mal, bun. Ich nehme mir mal eine andere Knarre. Ja, genau, die ist nicht schlecht. Verdammt, ich kann ja nur drei. Au. Komm, hier. Du kriegst... Äh, lass mich los. Lass mich los. Ah, super, ich verfehle hier alles. Ich, ich treffe hier echt alles, nur nicht das, was ich treffen sollte. Nein, lass mich los. Dreck sicher. Ich, ja. Wir wollen hier eine Umarmung von mir haben. Nein. Könnt mich mal kreuzweise... Da ist doch was. Ja, cool. Du hast deinen Arm verloren. Gleich hast du deinen Kopf verloren. Sag ich doch. Hey, ich will deinen Kopf haben. Danke. Habe ich wieder schon in den Mund geholfen lassen. Na, verdammt. Geht vielleicht nicht noch einer? Nein, geht wirklich nur drei. Hast du den Arm weg? Genau. Und jetzt hast du den Korb weg. Ach so, geht ja nur eins. Hoch. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, als er zuvor explodiert. Sonst ist hier nichts, ne? Hier waren nur die zwei Geheimnisse und das war's. Ja, ich glaube schon. Gehen die hier auch? Nö. Alter, was sind denn das für unzerstörbare Kisten? Wo musste ich jetzt... Ich glaube, da hinten. Hä? Verdammt dunkel hier. Ach, Level abgeschlossen. Okay. Dann hätte ich reintreten und ich schon das Level in der letzten Folge abschließen können. Offenbar ja, wenn ich nicht hier hingegangen wäre. Ui. Sieben von zwölf Geheimnissen. Nett. Habe ich ja relativ viele gefunden, ne? Warte mal, bin ich immer noch hier auf dieser komischen... Fabrik, Hafen... Säure... Gedöns? Oder wo bin ich jetzt genau? Naja, werde ich ja gleich sehen. Denk daran, auch Geld zu samm... Zu... Zusammen, was? Achso, auch Geld zu sammeln. Drücke U und wähle Waffen, um es für Waffen-Upgrades und Munition auszugeben. Könnte ich machen, wenn ich's nicht machen würde und vergessen tue. Drücke Leertaste, um zu springen. Näh. Kapitel 9. Weißer Punkt. Dumm und hübsch. Hast du mir besser gefallen? Weiß... Achso, dumm und hübsch. Hast du mir besser gefallen? Ja. Näh. Woher... Wer? Achso, du meinst die beiden... Hm... Was? Wie das sind... Was? Die zwei sind Flüsterinnen? Die, die ja an dem... Beim Computer waren, die waren Flüsterinnen? Hab ich was verpasst? Hm? Ein Keks? Was steht da? Glückszahlen 23, 34, 42, 69, 666. Jetzt weiß ich, was ich mit dem Lotto mach. Also, falls ihr mich morgen nicht mehr wiederseht, äh... Ne, wisst ihr, was gewesen ist? Ich hab ein Jackpot. Äh. Hey, auch wenn ich mit dem Brotmesser machen könnte, aber... Egal. Sag Gute Nacht. Schnauze. 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 So sieht ein Feuerwerk aus. Weißt du, nur zwei... Ja. Das sag ich auch. Das war voll unerwartet. Wieso ist die Wertung so schlecht gewesen? Warum war die Wertung so schlecht? Ist das durch den Regen, oder ist das, äh... Weil es kaputt ist? Ne, du kannst ja auch versuchen, einfach drüber zu klettern. Äh, was? Wer hat die Wand hier hingestellt? Geht die Wand kaputt? Offenbar nicht. Da hat man schon irgendwas Explosives und dann gehen keine Wände gehabt. Mann, hab ich hier billig gehofft. Entschuldigung, Mr. Wang. Glaubst du, dass du ein bisschen länger dauern könntest, dass du wirklich die Dynastie-Dehydration in hier fährst? Geh eine Pille. Ich bin in den Dörren. Siehst du den Manticore, von wo du bist? Was ist ein Manticore? Es ist ein Monster. Mit dem Körper eines Leidens, mit dem Kopf eines Mannes, mit Schraubbe und einem Skorpion-Tail. Und da ist einer hier? Es ist auch der Name eines Schiffes. Ein Tanker, eigentlich. Ich habe viele Schiffe gesehen, aber keine Tanker. Er muss auf der anderen Seite des Dörren. Fisch. Könnte ich eigentlich nicht selber. Hallo, ich will... Ach so. Ich habe gedacht, das wäre irgendwo oben. Ich habe gedacht, das war eigentlich irgendwo weiter... Oder in einem Gebäude, genau. Wieso drehst du dich? Du hast dich nicht so... Na, komm, komm. Verdammt. Nein, doch. Er legt sich keiner mit mir an. Auch kein Drehstuhl. Au, wieso kriege ich hier Schaden? Dieses Mal hast du gewonnen. Verdammt. Mich besiegt hier, indem ich ja Drehstuhl... Was... Was... Nee, von hier bin ich auch gekommen. Ich weiß jetzt gerade irgendwie nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Weil sonst könnte ich hier nichts aufsammeln. Hä? Hier war ich doch schon. Äh, okay. Ich bin jetzt... Alter. Ist ja voll verwirrt hier. Noch ein Keks. Information ist kein Wissen. Wissen keine Weisheit. Weisheit keine Wahrheit. Wahrheit keine Schönheit. Schönheit keine Liebe. Liebe keine Musik. Musik ist am besten. Musik ist immer gut. Äh, weißt du? Zwei Medi-Packs? Okay. Vor allem, wer war dieses FZ? Da stand hier am Ende noch FZ. Hm. Na, hier ist nix. Oh, äh. Das steht mir aber voll im Weg. So, äh, da ist ja gar nix. Verdammt. Schalte den Kran ein. Okay, welch... Ach so, diesen Kran. Ja, aber da komm ich ja gar nicht rum, weil... Da ist doch der Zaun. Kann ich hier raus? Nee, offenbar nicht. Nee, unten war ich schon, genau. Ach so, ja, genau. Dieses Tanunaki-Gedöns hab ich ja auch irgendwo platt gemacht. Und deswegen müsste jetzt eigentlich irgendwie wo was frei sein. Fragt sich halt nur, wo. Kann man wer hier irgendwie sagen, wo ich hinkommen... Äh, hingehen muss? Nee, ich hab gedacht, er wäre jetzt fähig. Ich muss auf jeden Fall diesen Kran hier benutzen. Oder? Ach nee, diesen Kran. Wie komm ich denn zu diesem Kran? Weil an dem Kran ist ja das Schiff dran. Hä? Sag mal, wo muss ich denn hier lang? Hä? Ach so. Ich, Idiot. Er hätte einfach hier hinten lang gehen sollen. Ja, da, da, siehste. Hätte ich einfach da drauf gucken müssen. Da, da, Völkern. Ich will da drauf... Egal. Was? Ach so, da kann ich nicht hin. Okay, jetzt kann ich dann da hinten wieder hin... Ach. Zick mal hin und her laufen. Was? Ach, halt die Klappe. Was? Du bleibst ja immer noch. Nee, Quatsch, du bist ein anderer. Ah, super. Jetzt traf ich genau das. Falsche hier. Warum nimmst du immer noch? Schnauze. Schnauze. Alter, jetzt... Besser. Ja, super. Da habe ich ihn ja gut hingefeuert. Habe ich den gerade durch den Zaun geschossen? Wenn ich was kann, dann kann ich es aber nicht gut. Halt, Schutz nicht aktiviert. Was für ein Schuss? Mist, aber ab. Komm, hier, Brotmesser. Na, kommt schön um mich herum. Rundschüss. Komm, hier, du kriegst auch nochmal eine Scheibe. Noch mehr. Boah, kommt jeden jetzt davon mal her. Was? Spezialist. Keine Ahnung, was der Erfolg macht, aber er ist gut. Glaube ich. Nein, falsche Wache. Alter, diese fliegenden Drecksdinger hier. Macht den Abflug. Versinkt dahin, wo ihr herkommt. Versinkt dahin, wo ihr herkommt? Passt schon. Ich würde ja am liebsten Flammenwerfer haben, dann hätte ich hier direkt Hühnchen. Gegrillt, Hühnchen. Grillt, Hühnchen. Was? Was sag ich hier eigentlich? Da. Werden die eigentlich immer mehr? Kommt es mir so vor oder triff ich? Okay, ich meine, die verrecken zwar, aber irgendwie, wenn immer mehr. Weiß? Nein, 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 nein. Au. Hallo, da. Okay, will hier noch irgendjemand verrecken? Ja, das Mädel war halt eine Flüsterin, aber wer genau? Keine Ahnung. Das wurde nicht gesagt. Oder? Nee, ich glaube nicht. Da gehen Yin-Yang und hau wieder ab, Yin-Yang. Äh, hier geht es, glaube ich, nicht unbedingt entlang. Oder zumindest jetzt vielleicht nicht, weil ich habe da irgendwie eine Lücke gesehen gerade. Aber sollte ich gleich mal hingehen wieder? Okay, ich kann... Nein, nicht gleich, jetzt. Was? Alien-Bear. Nette Werbung. Nee, da komme ich auch gar nicht rüber. Achso, ja. Ich... Nee, Quatsch. Hä? Ja, da ist ein Leiter, oder? Ach, noch eine Kiste. Kann ich gesehen. Ja, da ist eine Leiter, aber wie komme ich da hoch? Hallo? Ich will ja hoch. Ähm... Wie bewege ich das scheiß Teil hier? Nee, da komme ich auch nicht hin. Sag mal... Wie bewege ich das Teil hier? Ähm... Ach, da! Gratulation. Ich habe sowas von gewusst, dass das noch passieren wird. Oh, Mann. Ähm... Wie lang geht das Video? Ich habe leider jetzt überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Ich mache mal noch so drei Minuten. Theoretisch müsste es dann voll sein. Nein, du kannst direkt da zurückgehen, wo du herkommst. Oh, schon wieder so ein Minotaure. Komm, hier. Au. Äh, weg hier. Nein, ich habe es gewusst. Da fliegt mir gerade alles wieder um die Ohren. alter was ich kann während der sind sogar ballern ist ja geil lasst mich los hallo alter savant wieso kannst du deine wand entlang laufen ich will auch an der wand entlang laufen können ein gesundheit gesundheit ich meine gesundheit ist am arsch also das ist schon geil wenn man das sogar ballern kann lauf nicht an der wand entlang ich kann es auch nicht äh klebt da einer an der decke ja gut abgehangen würde ich mal sagen jetzt habe ich es kaputt gemacht ich wollte nicht dass ich wollte ich wollte mich hier nach vielleicht da ist ein medipack nee da geht es nicht lang nach der rückweg wird kein nicht furchtbar das witz kommst du jetzt auch immer her was wie so liebst du immer noch wieso hältst du eine explosion aus macht 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 dich weg hier kommt ochne wo ist der kopf wo ist er ich will ich brauche den kopf ich hallo wo ist der kopf ach da ist er ja gewesen macht den abgang wenn ich mir irre habe ich doch hier noch ein kopf umliegen oder nicht ich glaube der ist die sport oder oder ach ja der ist nein da ist er schnauze da oben du auch freck über mir seid ihr alle tot ja offensichtlich doch wir hatten das ding schon wieder zurückgestellt ach da hinten kommen noch mehr ja gut die werde ich allerdings nicht jetzt platt machen sondern erst morgen und bis dahin vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bye bye